Hallihallo hallöchen mein lieben Freunde und herzlich Willkommen zurück zu Dead by Daylight. Ja und ich bin wieder nicht alleine und zwar ist diesmal der Killer der Sergeant Möller. Willkommen Freunde und mein Spielepartner der jetzt mit mir hier abhaut ist der Spielebibliothek. Der Aaron von der Spielebibliothek. Entschuldigung. Ja aber los geht's. Diesmal ist der Möller der böse Killer. Oh Mann, dieses Herzschlag ist schlimmer als man... Das darfst du nicht sagen, da weiß ich, dass er da nie ist. Das liegt zusammen in einem Raum, da musst du aufpassen. Ja, wir müssen dazu sagen, der Aaron da ist noch sehr sehr spielunerfahren. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das ist das erste Mal das du spielst ne? Ja genau. Okay. Ja gut, dann nehme ich dich nicht so hart ran. Ach du Angeber, du altes Großmöbel. Aaron, äh Aaron. Aaron ist da wieder der erste der hier alles schafft, weißt du. Ich habe jetzt auch lange nicht mehr gespielt, muss ich sagen. Schon ganze vier Tage lang nicht. Ich muss warten wieder. Scheiße. Nein. Okay, Aaron kackt sich gerade in die Hose. Hau ab. Haken schlagen. Du kannst dein Ticket woanders. Du musst bei den Haken schlagen und immer ganz schnell um die Ecken und keine Ahnung. Ja. Ich habe nichts getan. Ey. Jetzt muss ich wigglen. Na komm her. Ah nö, ich will nicht. Bitte. Nein. Drück doch A und D. Achso. Oh nein. Wir können doch über alles reden, oder? Wir können über alles reden. Nein. Nein. Ich mag den hier. Ich kriege einen anderen. Okay. Ich häng gern hier ab. Ach nein. Auch noch der. So. Jetzt suchen wir mal den Onkel. Nicht dem. Sondern den Onkel. Oh. Ach der ist weg. Der ist bestimmt so im Wald. Oh man. Nein. Na komm mal her. Nein. Nicht den selben Haken. Der ist benutzt. Den kannst du nicht mehr benutzen. Nein. Probieren wir es mal. Nein. Willst du mit mir abhängen? Oh nein. Bitte. Ich glaube meine Taste ist so laut, oder? Fuck. Fuck. Fuck 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 fuck. Hallo Onkel? Mutti. Nein. Mutti helf mir. Mutti. Aaaaahhhhh. Diese kleine Drecksack. Guten Tag. Nein. Guten Tag. Nein. Nein. Nein, ich will noch nicht sterben, ich bin noch so jung. Ich war grad mal fünf minuten alt oder so. Das macht beim ersten mal spielen gar nix. has der gemacht! Ok Alter Mann, Mann, Mann Oh fuck 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 Hallo mein Freund Ah, hu 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 Oh Ich glaub der Möller will lieber was anderes holen Boah Reanimation wäre jetzt nicht schlecht Pfff Schiech Ohhhh Hilfe, Alter, Hilfe Lässt sie dich liegen, ey Uff Na komm Los, mach mich so Ich muss mich jetzt keiniges mehr gegen machen Nein, keine Kraft mehr Oh, mo, mo Das ging mir so bisschen der Arsch aufgrund Eis Ich glaube mein Charakter war zu schwer Ja, also wie gesagt, ich so, ah, ich wahrscheinlich mit Face kann mich dann auf in der nächste Session Ah, dann kriegt man von mir auch was mit, wenn ich mich still bin Aber was wartest du denn, dann heb ich mich drauf und kühl mich eigentlich Er will die Folge extra an die Länge ziehen Nein, das eigentlich nicht Ich will nur sicher sein Neaaaaaaah Boah So, ==st das so geht ansatzend knallhartes Sieg, Freunde! nächste Runde Möller ist wieder der Killer jawoll, es geht ja! und ja wir probieren es mal diesmal besser zu machen letzte Runde ja, du musst ja auch erstmal reinkommen, ist ja alles kein Problem, das ist ja, wenn du dann irgendwann mal drin bist, bist du vielleicht sogar besser als bei alle von daher vielleicht sind die anstrengende Spiele, oder sieht die nur so aus? ist das dieselbe Map, oder sieht die nur so aus? das ist die selbe Map, wie es ausschaut ja, auch gut, ne? oder sieht die nur so aus? schaut so aus, als wärst du nie was äh, wärst du selbe, so ey, was ist denn M1? äh, Maustaste 1 und wie geht das mit dem Kreis? da hörst du so ein Geräusch, dann kommt Dings und dann musst du in einem bestimmten Bereich Space drücken na, ok wo ist jetzt fast gekackt? komm 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 hm hm das gesuche immer, ne? ja Das ist nicht dein Ernst Nein Hau ab, bitte Ich hab dir nichts getan Nein Alter Nicht so brutal Na komm her Kannst mich frei lassen Okay, mach ich sofort Noch eine Sekunde Jetzt halt die frei, okay? Ja Geil Ey, der hat uns zwar nicht richtig drin, aber Geh doch mal da weg, Möller Fuck, jetzt hab ich mich voran Scheiße Nachhaken Holt schon was vor Weil wir zusammen abhängen Okay Redet nicht mit mir Oh nein Irgendwie kann man sich ja befreien, ne? Von den Haken Jaja, aber das ist nur Nur weil ich schwarz, Ben Oh, ich hab apropos gar kein Seilcheck gemacht mit dir Verdammt Das ist heimlich-Turerei hier, Mann Hätte ich mal den Himmel ausgetrachten Oh, okay Das ist nett Das ist nett, sag ich schon Das ist nicht schön, so würde ich sagen So, dann kannst du jetzt die Unternehmende Ja, ich hab ihn jetzt gemeldet Ja Ich hab ihn Oh, ich hab ihn Ich hab ihn Kleine Müllersaue. Bleib doch, wir könnten nur mit den Stellen und fast Anker, die wir Kiss buchen. Doch ein guter Deal, oder? Ja. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja. Ich suche die, ich finde die Scheiß Luca nicht, das gibt's doch gar nicht. Wo bist denn du eigentlich, ey? Ich stehe bei Luca. Doch. Jetzt heißt es nur noch warten. Wie wär's nur da? Macht's für fünf Minuten nichts und Bonke darf die Luke suchen. Dann hat er die Luke schon. Das ist das Problem nicht. Da wird es für fünf Sekunden wirklich nichts machen. Nur fünf Minuten. Weil einfach an der Lüge stehen bleibt. Genau. Sonst musst du das letzte Dings finden hier. Mann, wie kommst du denn da jetzt hin? Du musst den irgendwie austanzen. Austanzen? Ich kann doch gar nicht tanzen. Ja, Möller, geh doch mal da weg! Ja, Möller, geh doch mal da weg! Möller ist auf K. Vielleicht sehe ich ihn gleich sogar. Er ist der Luke nicht der. Echt? Der Luke Skywalker. Michel! G Sustain! G Pardon? W man hat hier… Denem was er sahin… Achso, wie Ullack? Ja, ich hatte bisher mal so starkшь. Die Rache sind an der Glut am Zuglohn. Wir haben hier eine Hilfe Du wirst jetzt wohl ein Teufel tun, da weg zu gehen, wa? Ach Quatsch. Ich glaube, der kommt heute nicht mehr weg. Weiß ich. Jetzt kann ich zu Luke, er ist weggegangen, er ist weggegangen. Jetzt geht er wieder hin. Scheiße. Das war jetzt selten dämlich. Da ist die Luke. Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Alter, wo ist die Luke? Ich glaube, er geht da wirklich nicht mehr weg. Guck, er sagt doch nichts mehr. Hallo, Satz? Ja? Was ist los mit dir? Ach nix. Das ist die Luke, Onkel. Wo denn? Vor dir. Ich seh die nicht. Wo ist denn die? What's going on? Ich bin einfach zu blöd. Oh, immer dieses hin und her gelaufen. Oh, jetzt ist das hier wieder in der Nähe. Gibt's doch nicht. Oh, scheiße. Ich bin ganz weit weg. Na komm, trau dich! Möller sucht irgendwo näher Luke Ach wo ist denn die? Wie ist denn die ganze Zeit in dem Gebiet? Ich seh den jetzt und ich find ihn nicht. Kann ja wahr sein. Tschubidu, Tschubidu. Möller weiß ich den Tipp, er ist bei Aldi. Ich bin bei Aldi genau. Ich bin in Aldi drin. Ja Freunde, ich kann leider nichts machen. Da erstens Onkel nur noch einen Generator machen muss. Zweitens der Ausgang ist ja hier irgendwo in der Nähe. Und drittens, dein lieber Kompagnon ist ja tot. Somit weiß er ganz genau wo ich bin, was ich mache, was ich tue. Warum? Ne, da kann dir doch nichts zukommen. Ne. Ne, er sieht aber dich und er sieht meine Gestalt. Ne. Ne? Nein. Ja, da mach doch mal einen Generator, mein Freund. Moment. Ich suche aber die scheiße Luca. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Du hast jetzt hier irgendwo gesagt, du bist in dem Gebiet. Solange ich ein Herzschlag höre, bin ich in dem Gebiet. Jetzt entferne ich dich. Ey, ist gar scheiße. Ich hab irgendwie das Gefühl. Ich hab irgendwie das Gefühl. Das. Nein. Hallo. Guten Tag. Nein. Scheiße. Ich hab irgendwie voll das Gefühl gehabt, dass da überhaupt keine Lüge ist. Ne, ich wollte auch nur ein Enttäuschungsmanöver machen. Ich weiß schon. Du hast nur so. Du hast das. Du hast das. Genau 10 Meter hinter dir. Oh. Bei dem Haus da. An dem Baum. Alter Schwede. Ich geh aber jetzt auf der Arsch auf Grunde. Ich geh aber jetzt auf der Arsch auf Grunde. Jedes Mal das Herz klopft. Bam, 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 bam. Ich nehme wieder in den Schrank rein. Ja. 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 Okay, zur nächsten Part wird irgendjemand anders der Killer sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen wer. Ja. 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 Vielen Dank.